Ich war zwei Jahre lang Strategieberater bei Strategy End und McKinsey und ich werde dir im heutigen Video über die positiven und negativen Aspekte aus dieser Zeit erzählen. Legen wir los! Erster Aspekt, unglaubliche Lernkurve. Während meiner Zeit in der Strategieberatung habe ich unfassbar viel dazugelernt, insbesondere in drei Bereichen. Erstens, ich habe unterschiedlichste Industrien kennengelernt. Medien, Versicherung, Biotechnologie, E-Commerce, Sportartikelhersteller, Maschinenbau, Klimatechnologie und so viele weitere Einblicke in verschiedenste Industrien bekommen und damit für mich selber ein Bild darüber zu bekommen, wie die Wirtschaft, die globale Wirtschaft mit Fokus auf Deutschland funktioniert und wie Mehrwert in dieser Welt geschaffen wird. Echte Unternehmen, echte Organisationen, echte Angestellte, echte Manager, echte Vorstände in dieser Welt Mehrwert schaffen. Das war unglaublich bereichernd, weil man eben verschiedenste Facetten gesehen hat, aber auch gleichzeitig verschiedenste Erfahrungen machen konnte. Zweitens, verschiedene übertragbare Schlüsselkompetenzen. In der Beratung lernst du viele verschiedene Sachen. Und was du besonders gut lernst, ist es zu kommunizieren, Daten zu analysieren, auszuwerten, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und Problemlösungskompetenzen. Komplex riesige Probleme zu nehmen, die aufzubrechen in Problemteilaspekte und diese dann sukzessive abzuarbeiten. Und nicht nur selber abzuarbeiten, sondern dir zu überlegen, mit welchen Ressourcen der Organisation, aber auch deiner eigenen Organisation, also der Beratung, wie du diese Probleme sukzessive abarbeiten kannst, sodass das scheinbar Unmögliche möglich gemacht wird. Dritter Bereich der Lernkurve, das Feedback, Coaching und Mentoring. Du wirst, wenn du in der Strategieberatung arbeitest, sehr schwierige Herausforderungen überwinden müssen. Probleme lösen, die andere Personen nicht lösen möchten, beziehungsweise davon sich scheuen, diese Probleme zu lösen. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr herausfordernd, aber auf der anderen Seite wird dir eben bei den sehr guten Strategieberatungen das Handwerkzeug an die Hand gegeben und gleichzeitig das notwendige Feedback, Mentoring und Coaching gegeben, dass du diese Probleme, Herausforderungen tatsächlich lösen, beziehungsweise überwinden kannst. Und das ist aus meiner Sicht auch das Wertvollste überhaupt in der Strategieberatung. Diese Kombination aus Problemen, großen Herausforderungen, Mehrwert schaffen und die notwendigen Werkzeuge, Feedback, Mentoring und Coaching an die Hand zu bekommen, um sich kontinuierlich und vor allem sehr rapide weiterzuentwickeln. Und dazu gehören mehrere Aspekte, die ich in den letzten Monaten, Jahren kennengelernt habe. Zum Beispiel regelmäßige, formelle Feedbackgespräche. Und damit meine ich jetzt nicht alle sechs Monate, wie in so einem klassischen Konzern, sondern wirklich alle zwei, drei Wochen sich hinzusetzen, sich Gedanken zu machen, welche Beobachtungen habe ich gemacht. Und insbesondere dann deinen Teamleiter, beziehungsweise Projektleiter, Projektverhandlunglicher Partner, dass die sich Zeit nehmen, die Beobachtungen, die sie gemacht haben, gesammelt haben, auszuwerten, dir zu sagen, zu spiegeln, das fanden sie gut, das solltest du besser machen. Stärken basiertes Feedback. Zweitens, dass du, wenn du jetzt nicht dieses formelle Feedback bekommst, sondern dass du, wenn du auf dem Projekt bist, tagtäglich im Doing, Hinweise bekommst, wie du deine Arbeit noch besser machst und das ganze Team sich das gegenseitig gibt, informelles Feedback, irgendwelche Shortcuts bei einer PowerPoint-Präsentation, irgendwelche Tools, irgendwelche Tipps beim Präsentieren, irgendwelche anderen Beobachtungen teilt, dass du jeden Tag ein bisschen besser sein kannst. Und vor allem das Mentoring und Coaching von den Partnern und den anderen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, dass du dann informell die einholen kannst, wenn es dann darum geht, deine berufliche Weiterentwicklung zu diskutieren. Sei es beispielsweise bei mir, mein Abgang aus der Beratung, der Schritt zum eigenen Startup, dass ich dort mir die Unterstützung beziehungsweise die Meinung von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen einholen konnte, das Netzwerk, von denen mir zur Verfügung gestellt wurde und so vieles mehr. Diese drei Komponenten beim Feedback, Mentoring und Coaching unfassbar wertvoll und findest du in keiner anderen Branche in dem Maße. Zweiter Aspekt, den ich euch berichten möchte, die unglaublich inspirierenden Kolleginnen und Kollegen. In der Top-Strategieberatung arbeitest du mit Personen zusammen. Von den meisten denkst du dir, wow, diese Person ist inspirierend oder diese Person hat mindestens eine Sache, die du lernen möchtest, die du dir abschauen möchtest. Um dir mal drei Beispiele zu geben. Ich hatte eine Kollegin, die hat ein Excel-Modell gebaut. Das war so umfangreich, so hilfreich für den Klienten und hat das innerhalb von kürzester Zeit aufgebaut, dass ich nur so dachte, wow, ich will wissen, wie du das hinbekommen hast. Und habe sie dann gefragt, habe mit ihr verstehen wollen, wie sie das geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit echt sowas abzuliefern. Und das ganze Projektteam war auch so, wow. Zweitens, ein Projektleiter, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat immer die Ruhe bewahrt. Selbst in den stressigsten, chaotischsten Situationen war er ruhig. Und diese Ruhe hat sich auf das gesamte Projektteam abgewälzt und auf die Kundenseite, sodass das Projekt selbst in den stressigsten Situationen immer ruhig, smooth, gut vonstatten ging. Drittens, ein Partner, von dem ich gelernt habe, dass aktives Zuhören unglaublich wichtig ist. Insbesondere dann, wenn du in einer Position von Macht bist, also wenn du quasi ein, zwei Hierarchiestufen über einer Person stehst. Für mich als Gründer und Geschäftsführer eines Unternehmens eine Sache, die ich mir abschaue und in der ich damit in diesem Partner ein großes Vorbild sehe. Weil er hat dadurch, durch sein gutes Zuhören, mir das Gefühl gegeben, dass meine Meinung wichtig ist, dass das, was ich sage, Gewicht hat und damit war ich unglaublich motiviert und gewillt, immer wieder mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Dritter Aspekt, in der Strategieberatung kannst du einen unglaublich großen, positiven Einfluss auf die Welt haben und das in jüngsten Jahren. Betonung liegt auf Kann. Es kann natürlich auch sein, dass du auf Projekten arbeitest, die eben in die Tonne laufen. Du erstellst über Wochen hinweg Analysen, die dann am Ende in der Tonne landen. Du machst Arbeit, die am Ende nicht umgesetzt wird. Oder es gibt tatsächlich auch Projekte irgendwo auf der Welt, die jetzt nicht so gut für die Welt sind. Das ist mir nicht untergekommen, aber es gibt definitiv Projekte, Fundstrategieberatungen, die eben nicht so gut für diese Welt sind. Und das kann natürlich auch in der Strategieberatung passieren. Bei mir war es auf jeden Fall so, der Großteil meiner Projekte hat einen signifikanten, positiven Einfluss gehabt. Und gerade die Projekte, von denen ich überzeugt war und die ich dann auch die Großteil meiner Zeit gemacht habe, die hatten einen so großen, positiven Einfluss auf diese Welt, dass ich diese Erfahrungen nirgendwo anders hätte machen können. Um einfach mal zwei Beispiele zu nennen. Ich habe ein Versicherungsprodukt komplett neu gedacht, aus der Kundenperspektive, habe es damit geschafft, mit diesem neuen Produkt für die Kunden genau das richtige Produkt zu schnüren, sodass diese einen idealen Preis dafür bezahlen, also nicht mehr zahlen als das, was sie eigentlich möchten. Und auf der anderen Seite genau die Versicherungsaspekte in ihrer Versicherung dann auch nutzen können, die sie benötigen. Und damit sparen die natürlich nicht nur Geld, sondern haben dann auch am Ende viel mehr Lebensqualität. Weil Versicherung an sich ist natürlich erstmal eine Ausgabe ins Nichts. Aber was du dadurch bekommst, ist auf der einen Seite, wenn dann der Schadenfall eintritt, eine Absicherung, dass du jetzt nicht vor nichts dastehst, gerade wenn du irgendwie ein Haus gekauft hast und dann bringt das ab, dann eine gute Versicherung deckt den Schaden, reguliert den Schaden, kümmert sich um alles. Und dann auf der anderen Seite, wenn du eine sehr gute Versicherung hast und der Schaden nicht eintritt, dann kannst du dir immer sicher sein, wenn du eine sehr gute Versicherung hast, dass wenn was passieren sollte, dass du abgesichert bist. Du bezahlst dann quasi eine Prämie dafür, dass du dir keine Sorgen machen musst. Und genau dieses Kundengefühl haben wir mit dieser Aus-der-Kundensicht-Neu-Denken ein Produkt geschaffen, was dann eben genau die Bedürfnisse der Kunden trifft und nicht nur eine Geldmaschinerie ist, sondern eben aus dem Kunden, aus der Kundensicht gedacht. Und das Zweite ist, ich habe zum Beispiel ein Green-Tech-Startup, also Hardware-Climate-Tech, aufgebaut. Ich habe mit denen zusammen eine Ambition formuliert, habe zusammen Marktdaten gesucht, geschaut, wie groß ist denn das Potenzial, was ist die Ambition, die wir erreichen wollen und dann einen Finanzplan geschrieben zusammen mit den Klienten. Und am Ende des Tages verfolge ich dieses Startup regelmäßig auf LinkedIn in den Nachrichten und sehe, wie es vorankommt, wie es jetzt einer der führenden Unternehmen in dieser Industrie wird und damit dafür sorgt, dass wir alle in einer nachhaltigen Welt leben können. Vierter Aspekt, Höhen und Tiefen. Aus meiner Sicht in der Strategieberatung kaum woanders hast du so hohe Höhen und so tiefe Tiefen wie hier. Um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, gerade Lows, du hast sehr lange Arbeitszeiten, gerade am Anfang ist der Stress überwältigend, die Lernkurve ist für dich zu steil und das kann am Ende dazu führen, dass du emotional überwältigt wirst. Du weißt zwar, worauf du dich einlässt, aber dass es dann doch so intensiv wird, das denkst du nicht am Anfang. Später, nach 6, 7, 8, 9 Monaten, also bei mir hat es ungefähr 6 Monate gedauert, da hast du es unter Kontrolle. Da kannst du deine Work-Life-Balance managen. Du kannst deine Emotionen managen. Du weißt, wie du tickst und dein Körper tickt, was es er braucht, was wichtig ist und kannst darauf basierend auch die Entscheidungen treffen, was du für Projekte machen möchtest und was nicht. Aber gerade diese ersten 6 Monate sind unglaublich herausfordernd gewesen. Es gab den einen oder anderen Tag, da habe ich wirklich geheult. Es gab wirklich Tage, da habe ich geweint, weil das einfach so überwältigend war. Und rückblickend, jetzt so nach 2 Jahren, wenn ich genau dasselbe Arbeit hätte machen müssen, genau die gleiche Situation, gleicher Stress und Druck, da hätte ich drüber gelacht. Aber früher, nach dem Bachelor, direkt nach dem Bachelor anzufangen, in so einer Herausforderung und Rolle, schon sehr überwältigend, ganz klare Tiefe. Und dann gibt es die Höhen, die so hoch sind, dass du das kaum woanders findest. Du arbeitest mit einem sehr senioren Klienten zusammen, erarbeitest mit ihm Konzepte, die so, da wirst du niemals rangekommen, außer halt eben genau in dieser Rolle. Und dieses Konzept ist so gut, das ist so gut für die Welt und was du da für eine Idee hast und wie du das vorantreibst und was du da für Ideen hast und Analysen gemacht hast, um das zu stützen. Und dann klappt das am Ende, dass es auch umgesetzt wird. Also es gibt eine Umsetzungsentscheidung und du denkst dir so, wow, das ist ja echter Impact, den du da geschaffen hast oder du hast zumindest die Grundlage dafür bereitet. oder dass du mit deinem Team, mit Leuten, mit denen du super eng zusammenarbeitest, mehr Zusammenarbeit oder mehr Zeit verbringst als mit deinen Liebsten, mit deinen besten Freunden, mit deiner Familie und dann gehst du mit denen nach einem super erfolgreichen Projekt irgendwie ein Team-Event machen. Gehst irgendwie Kart fahren oder gehst lecker essen oder so, um quasi dich und das Team zu belohnen und dann sitzt du da und sprichst über das Projekt und die Klienten und wie cool und lustig du das fandest und was du gelernt hast und das sind wirklich Momente, die dann unfassbar wertvoll sind. Und das kriegst du halt nirgendwo anders, weil du brauchst natürlich auch die Tiefs, um diese Hochs auch so wertschätzen zu können. Und damit sind wir schon langsam am Ende des Videos angelangt. Ich möchte dir noch ein Fazit geben, aber davor schreib mir doch mal in die Kommentare, welchen Teilaspekt soll ich nochmal genauer beleuchten? Was würde dich noch mehr interessieren? Schreib doch mal in die Kommentare, was dich interessiert zu meiner Zeit in der Strategieberatung. Ich gehe da super gerne drauf ein. Nun kommen wir zum Fazit. Meiner Meinung nach sollte jeder mal in der Strategieberatung gearbeitet haben. Also jeder, der glaubt, dass er einen möglichst positiven Einfluss auf dieser Welt haben möchte, sollte mal mindestens ein Praktikum in der Strategieberatung gemacht haben. Dazu mache ich auch nochmal dediziert ein Video. Verschiedenste Gründe. Aber allein die Arbeitsweise, die Schlüsselkompetenzen zu lernen, die sind in egal welcher Rolle, wenn es darum geht, positiven Impact in dieser Welt zu leisten, unfassbar wertvoll. Das Ganze kommt aber mit einem Preis. Und dieser Preis, gerade wenn du die Festanstellungen suchst, den musst du natürlich auch bereit sein zu zahlen. Am Ende des Tages ist es ein super anspruchsvoller Job, der dir unglaublich viele Werkzeuge an die Hand gibt und du lernst unfassbar inspirierende Kollegen kennen. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich eine Herausforderung. Und diese Herausforderung, die Höhen und damit auch die Tiefen, die musst du bereit sein zu geben. Aus meiner Sicht war es das definitiv wert. Die letzten zwei Jahre waren somit die wertvollste Zeit überhaupt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders eine bessere, wertvollere Zeit hätte verbringen können. Und damit würde ich sagen, totally worth it. Ja, und das war es das Ende von diesem Video. Schau doch mal hier in dieses Video rein. Hier erkläre ich dir, warum ich meinen Job als Strategieberater verlassen habe. Klick doch mal rein und dann sehen wir uns dort wieder.